Musik Wir zeigen im Museumhaus Konstruktiv eine Einzelausstellung von Carys Wyn Evans. Carys Wyn Evans ist in Wales 1958 geboren und hat für die Museumsausstellung hier zwei Räume bespielt. Musik Im Museumhaus Konstruktiv freue ich mich ganz besonders, dass wir eine neue Arbeit zeigen können. Eine Arbeit, die sich auf das japanische No-Theater bezieht. Das ist insofern sehr spannend, wenn man sich überlegt, dass dieses Theater ein sehr strukturiertes Theater ist, mit einer über 100-jährigen Geschichte, wo die einzelnen Handlungen dieses sehr langsam gespielten Theaters festgeschrieben sind und über Generationen weitergegeben werden. Ein gezeichnetes Skript, das sozusagen alle vier Dimensionen berücksichtigt. Wir haben nicht nur die Höhe einer Bewegung, die Breite einer Bewegung und die Tiefe, sondern wir haben auch die zeitliche Dimension dieser Bewegung. Musik Diese Prozesse der Transformation, die in diesem Theater stattfinden, sind so Elemente, die Carys Wyn Evans für seine No-Installation genterisiert haben. Beispielsweise kann man an einzelnen kleinen Neonen so Füße erkennen oder an einer groß geschwungenen Neonröhre, wie einmal so ein Kimono-Erbe geschwungen wurde. Ihr gegenübergestellt ist sozusagen eine Bruder- oder Schwesterarbeit, bestehend aus 19 aus glasgeblasenen Flöten. Es hat diese zwei Programme, die diese composierten Musik spielen. So, obwohl die Musik nur ein paar Noten oder Chorden beinhaltet, die sich verändern und verändern, sie sich immer wieder auf verschiedenen Längen wiederentwickeln. Es ist also sehr vermutlich, dass man die gleiche Kombination von Noten oder Musik hören würde, sicherlich innerhalb von einem Jahrzehnten. Und an bestimmten Zeiten, sie müssen, wie ich sollte jetzt lernen, stoppen und breathieren. Es ist ein Punkt, wo sie eigentlich sind, ihre Lungs sind voll und dann, und dann, wenn sie das, 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 oder etwas anderes. Du hast etwas, was lit ist. Du hast eine Soundtrack. Die Soundtrack habe ich für lange Zeit gearbeitet. Und die Soundtrack hat seine Haus in dieser Runde, in dieser bestimmten Instanz, in relation zu diesem. In einer Art, meine Attentation hier war, dann zu finden, ein Weg zu schaffen, diese Landscape-Painting, diese Film, wirklich. Diese Palms, diese Formen von Kentia-Palms, direkt und nur zu einem Ort führen können, das ist die Influenz der großen Belgische Arzt Marcel Brotterge. Für ihn, sie kamen zu representieren den Kolonialismus, die Geschichte des Wienersens, wie diese Pläne, wie die Natur, wurden codifiziert, politiziert, historisch, die Natur, nicht wirklich zu einer Art, wie diese Dinge in all. Dann ist eine Erwachsenung von den Kulturellen, die die Palms, in einer solle, wie die Erwachsenen, im Eindruck, in einen, d.h., dem einen Ort zu machen, mit diesen bestimmten Zusammenhang. Ich bin sehr begegnet auf den Weg hier, um diese Palms zu setzen. Da war ein Mann in der Straße, um ein Bier zu einem Bar zu geben. Und er hatte ein T-Shirt, der genau das war. Er hat eine Palme und eine große Runde. Und es hat gesagt, Malibu. Und ich dachte, das ist großartig. Denn es ist wie ein Tanning Salon. Also haben die Palme und die Sonne und die Musik. Und du hast einen Scenario, wenn du möcht. Und mit diesen Key Elements eigentlich müssen wir sofort in einem Film-Setting landen, wo jeder Betrachter zusammen mit der Musik sein eigenes Kino im Kopf gestaltet.